Willkommen zur Allesblankowette! Und Sie sind meine Kandidaten! Oh oh, was hast du gegessen? Pommes! Und was dazu? Mit Mayo! Also ich wette, dass das neue Visier mit Galsseifeneffekt sowas ohne Vorbehandlung rausbekommt. Nein, ich kann es mir nicht vorstellen. Fettige Flecken sind schwierig. Wette, okay! Oh, ja! Ich bin echt erstaunt! Und? Gar keine Mayo mehr zu sehen! Also, das neue Visier hat die Wette gemacht und alles ist wieder blanco! Richtig! Wow, alles ist blanco! Alles ist blanco!